Willkommen zu One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition hab ich mir mal gegönnt Da geile Nami tippt und Pulmeer gefällt mir So, nochmal Nami Ah ja, live angezoggt halt, Part 1 Da zeig ich wie man Kampfkolosserion halt Oder ich boah anguck, ich komm gleich Wie man Kampfkolosserion halt kämpft Gegen mehrere Gegner und gegen Endgegner So, und dann zweiter Teil ist halt wie historisch Das ist halt wie in der Stadt und so Ja, Limper World Red So, Deluxe Edition So, eins halt Ja Ja So, wenn ich sie schick so, lass vielleicht mal abholen Oder Like und irgendwas, gefällt mir Ja Voraus Erstmal die Option hier 3K Die zu lauter Scheiß So So, ah ja Wieder so Kampfkolosserion So Hauferei, mehrere Gegner So Mal hier die 2 Ne Warte So So, Hauptspiel Story Kämpfen halt durch Welten Immer wie jetzt gegen mehrere Und dann kommt halt den Endgegner am Schluss Halt wie man kennt auch Die Pirate Warriors 3 halt War genauso Hier ist halt das Spiel von der Wii Die Spiel aber noch gut aus Luxed Edition Ja So Pirate Warriors 3 Kann man irgendwie mehr Aktionen machen Für so mehr Leute Und hier Ich glaube schon 20 Leute Ja Burning Flood hab ich auch Alle Treibungen die ich spiele für BZP Hab ich noch So eher gesagt So Burning Flood ist halt noch sauerer Ich hab mir mal getragen Drei Leute Mit hier Die hier Mehrere Leute Die haben tausend Leute abflachten Und So Da kann man Leute wechseln Dann gehen gleich Und dann boh Auch ein Cocktail Da ist ja Superchicken cool Superchicken cool Superchicken cool So Da hab ich dann Leute in Stein tauren Und dann cool Zack Zack So Ja zack Ich weiß nicht wie So Da muss ich noch rausfinden die Jetzt Scheiße Ah ja Einfach Spend'm Code Master Ah ja Das hat Kampf Kollision So Da kann man halt hier auch Ihr kriegt hier Erfahrenspunkte Reihen Kann man steigen Kann man Wie hier Die Dinger gibt es. So aktuell, was wir mal echt egal haben, wie die Geiste. Ja, ich kann auch Kostüme ändern halt. In der Bruch steht jetzt hier es dabei. Alles klar, ruhig. Ja, hier kann man halt Gegner auch noch freischalten, äh Freunde, zwar ein Stück oder so gibt es mindestens. Volleck in, äh, Volleck gegen den, haben wir schon nie gesehen, ja gut. Warpol, äh mit Super Nami. Okay. Ach, schau heute nicht, ruhig. As-Nami-Ru. So. Als erstes hier. So, äh, Super Saiyan. Als Super Saiyan. Cool, 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 cool. Das Nam-Nami-Ru. Äh, schreck. Und du mich. Äh, ja. Da. Ja, da-da-da-da-da-da-da. Ja, da-da-da- Kell-du-о. Thänder Odd pals. Das Drunk. Ja, hier istvon wir mal sowas. Du Dude, ja hier istvon was! D dismiss. Masch sind wir ja, also mit Verwaren. viel mehr du trägst du abholen du trägst du abholen du schlagst du rein ja Ah ja, ey die Weiße, super Tendami, cool, alles klar, so, naja, so, kann man hier auch so einen Rang hochsteigen, kann man sich die anderen Leute freischalten halt, also hier, Belongshüste, so, kann man hier gucken, welchen man kriegt, für Sachen, so, hier kann man aufsteigen, so, dafür erstmal Kampfkolosseum, so, Das war's, das war's, das war's, das war's.